Hallo und herzlich willkommen zum Möbius Gaming Cupid Guide. Der römische Gott der Liebe wirkt ein bisschen wie das Ergebnis einer Liaison zwischen Aphrodite und einem ganz besonders knuffigen Kanarienvogel. Doch er ist ein waschechter Range Carry und wird auch euer Herz im Sturm erobern. Und die Fähigkeiten dazu stelle ich euch jetzt einmal vor. Seine passive Ability heißt Lovestruck und sorgt dafür, dass mit jeder Standardattacke ein Buff hochstackt, der Heilung und Schaden aller seiner Fähigkeiten um 3% verstärkt. Cupid kann maximal 10 Stacks davon sammeln und wenn er diese dann Vollart werden hat, Bomb und Fields of Love auf Detonation ihre Ziele für eine Sekunde lähmen. Es ist immer toll, wenn man dafür belohnt würde, dass man tut, was man ohnehin tut und so sammeln sich die Stacks von ganz alleine. Besonders im Late Game, wenn man eine hohe Angriffsgeschwindigkeit hat, ist der Buff schneller wieder oben, als man gucken kann. Fähigkeit Nummer 1 nennt sich Heart Bomb und könnte so auch im Arsenal von John Rambo vorkommen, denn es handelt sich trotz aller niedlichen Umschreibungen um einen Pfeil mit zeitgesteuerter Sprengladung, der nach 3 Sekunden explodiert und im Umkreis von 20 Fuß physischen Schaden anrichtet. Dieser Butter-und-Brot-Skill kann und wird euch etliche Kills bescheren, sei es dadurch, dass ein getroffener Gegner zu nah an halbtote Teammitglieder herangeht und der AOE-Effekt diese dann zurück in die Warteschleife der Telekom befördert, oder weil ihr mit 10 Stacks von Lovestruck fliehende Gegner lähmt, um sie dann mit Raisers zu beharken. Heart Bomb ist fast zu schade, um damit zu farmen, aber halt nur fast. In Slot 2 finden wir Share the Love, der aus jedem Tag Valentinstag und euch zum neuen Dealer an der Straßenecke macht, denn Cupid wirft drei quietschig leuchtende Herzchen auf den Boden, die aufgesammelt ein paar Leben wiederherstellen. Das Tolle daran ist, dass ihr Mana wiederbekommt, wenn eure Gruppenmitglieder und nicht ihr selbst sie aufsammelt. Die Heilung von Share the Love hat mit Plankton aus Spongebob und dem Saarland eine Gemeinsamkeit. Sie ist im Vergleich zu anderen Mitgliedern ihrer Art erheblich kleiner. Das ändert aber überhaupt nichts daran, dass alle sie lieben und von euch gerade in Assault erwarten werden, dass ihr sie auf Cooldown haltet. Wofür ihr allerdings auch mit mehr Mana belohnt werdet, als das Kasten der Fähigkeit euch kostet. Also Share the Love. Ability Nummer 1 heißt Flutter und hat mit Flutter Shy von My Little Pony genau folgendes gemeinsam. Naja, zumindest nimmt Cupid auch seine Kugel in die Hand, wenn es zu brenzlig wird und legt einen kleinen Spurt ein. Der knuffige Pfad Gottes hinter ihm lässt verbündete Götter schneller laufen und Cupid bekommt für sechs Sekunden einen Bonus auf seine Angriffsgeschwindigkeit. Ihr werdet Flutter einfach lieben, denn damit kann man aus dem Pull von Hades, dem Feuerregen von Agni, dem Geschosshagel von Anur und sogar dem Kraken von Poseidon entkommen. Cupid's Ult heißt Fields of Love und ist wieder einem Euphemismus zum Opfer gefallen, denn Namen wie zeitgesteuerte Massenvernichtungswaffe machen sich nicht so gut unter Frischverliebten. Dabei ist Fields of Love genau das, denn in einem großen Feld werden Gegner um 35% verlangsamt, erhalten einen Küppel-Effekt und werden nach ein paar Sekunden in die Luft gesprengt. Wer das überlebt, erhält einen 2,5 Sekunden anhaltenden Methanerize-Effekt. Ja, zeitgesteuerte Massenvernichtungswaffe findet mit Sicherheit einen Absatz. Natürlich kombiniert man diesen Ult am besten mit der von Hades oder Ares, wobei sich gerade nur Hades-Ul sehr anbietet, weil der Küppel-Effekt von Fields of Love das Fliehende raus erschlägt. Wenn solche Kombis nicht verfügbar sind, reicht auch ein Stun von Heartworm oder der Frostbreath von Jumiel beziehungsweise ein Engpast im Jungle oder dergleichen. Schauen wir uns jetzt aber einfach einmal die Items an. Death Tall macht sich gerade in Assault und Conquest zu Beginn sehr gut, denn für Mana und Leben auf Hit gibt es manchmal keinen Ersatz. Die Angriffsgeschwindigkeit kommt den Stacks von Love Stork auch entgegen. Und ebenfalls gibt es kaum Alternativen zu den Warrior-Tabi, die wir in Slot 2 packen können. Mit ihrem Bonus auf Penetration und Physical Power sowie Angriffsgeschwindigkeit. Slot Nummer 3 füllen wir mit Sierks Kirchner, der zusätzliche Rüstungsverringerung auf Treffer, Angriffsgeschwindigkeit und Physical Power bietet. In Slot 4 packen wir den Soul Eater. Er wird zwar von vielen kritisch beeult, macht sich aber mit Lifestyle, Angriffsgeschwindigkeit und einem kleinen Lebensbonus, nicht nur in Assault und Domination Gut. In Nummer 5 packen wir den mächtigen Death Bringer, der erhöhten Kritschaden, Kritschonks und generell einfach mehr Schaden bietet. Zu guter Letzt nehmen wir noch Rage mit, das Angriffsgeschwindigkeit, noch mehr Kritschonks sowie einen hochstackenden Bonus auf Kritschonks bietet. Dieser Item-Bild ist sehr generell gehalten und je nach Situation sind zum Beispiel Titansbane und Quints Blades auf keinen Fall außer Acht zu lassen. Als Active Ability Nummer 1 gehen im Zweifelsfall die Purification geht mit ins Gefecht. Sie helfen dem Engelchen mit Hang zum Promis kognitiven Anstiftungsverhalten aus der Ult von Ares, Mummification von Anogis und dem Frostbreath von Eisriesen-Hymir. Unter Slot 2 kann je nach Gusto mit Sprint reichgestattet werden. Zur Flottenflucht oder in Assault kann auch Meditation reingenommen werden. Auch das Eye of Providence ist eine Überlegung wert, damit ihr keine Gegner auf der Map überseht und plötzlich gegankt werdet und die Flatter machen müsst. Komm, wir sind Spielstil. Cupid sieht zwar harmlos aus, kann jedoch irre viel Schaden austeilen. Fliehende Gegner lassen sich mit eurem Sprint und der 2 prima einholen und dank der großen Reichweite von Cupid's Basics auch beseitigen. In Kombination mit einem CC-starken Charakter wie Hymir, Arachne und Konsorten können Heartbomb und Feeds of Love euren Gegner echte Kopfschmerzen bereiten. Und Share the Love wird euch in fast jeder Merde neue Freunde finden lassen. Wer sich als Ranged Carry mehr Crowd Control wünscht und dem Flächenschaden nicht ganz so wichtig ist, der kann mit Nies, Flipflops, schlagend gegnerischem Feuer entkommen und aus sicherer Entfernung halbtote Gegner mit einem einzelnen gezielten Schuss erlegen. Und wenn der Herzensgute Römer nicht aggressiv genug ist, der kann Anur, dem ägyptischen Kriegsgott, mit seinen Wurfspieren eine Chance geben. Die Kombination aus Impale und Desert Fury hat schon viele Squishies früh das zeitliche segnen lassen. So sind wir nun auch schon wieder am Ändern gekommen. Ich hoffe der Guide hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht uns zu liken und für weitere Guides zu abonnieren. Ich gehe jetzt erst einmal mit den anderen Ponys auf der Wolkenweide etwas Regenstaub schnüffeln und hoffe wir sehen uns schon bald wieder. Bis dann, euer Leo Fair von Möbius Gaming.